hallo alle zusammen herzlich willkommen zur fotobesprechung oder fotokritik zum thema sonnenuntergang ich habe eine ganze menge fotos bekommen vielen vielen dank dafür ich konnte jetzt nicht alle fotos auswerten weil es echt viele waren und ich wollte das video auch nicht so breit fassen dass es dann langweilig wird ich habe jetzt alle fotos rausgenommen wo ich der meinung bin die sind aussagekräftig für euch für die breite masse ich hoffe euch hilft es ein bisschen im sinne von reflexiv oder reflektieren mit den eigenen fotos umzugehen und noch mal ganz deutlich geht es immer um einzelmeinungen auch bei mir und nicht um ein richtig oder falsch oder ein bewerten oder entwerten ja wir schauen gemeinsam auf die fotos ich werde das ganze hier mit dem mac ganz normal im bildschirm aufnehmen damit du siehst was ich mache und ich habe die fotos alle in lightroom importiert damit ihr sehen könnt wie ich was zuschneidet wie ich jetzt vielleicht noch ein bisschen was anders bearbeiten würde wir fangen sofort an wir steigen ein felix hafenrichter hat mir zwei fotos geschickt er heißt auf instagram creative works fh er hat mir zum einen ein bild geschickt mit der giraffe ich gehe mal kurz rein halt hier ist es genau mit einer giraffe und das zweite ist das foto hier von dem leuchtturm wunderschön ich vermute in norwegen aufgenommen mit der mavic 2 pro dieses hier hat er aufgenommen mit der sony a 73 mit dem 200 bis 600 mit dem 200 bis 600 mm sony objektiv bei 600 mm ist jetzt auch hier oben blende 10 ein 1000 verschlusszeit ISO 100 die schwierigkeit bei diesen motiven ist natürlich den moment gut abzupassen wenn das tier nicht nur günstig steht sondern auch die brennweite zur verschlusszeit dementsprechend auch eingestellt zu haben oder umgedreht denn du willst das scharf haben du möchtest das tier nicht in bewegung haben dass es unscharf ist und du musst dich natürlich im vorfeld entscheiden möchte ich den hintergrund oder den vordergrund korrekt belichten hier gegen die sonne ist es im zweifel glaube ich immer besser zu sagen ich entscheide mich auch für so eine silhouette wie es auch felix gemacht hat denn dann gehst du sicher dass du zum einen erkennen kannst was war überhaupt im vordergrund das wolltest du fotografieren und im hintergrund brennt ja nichts krass aus die sonne ist zwar quasi immer ausgebrannt ja aber indem du sie gut abgegrenzt hast zum himmel wirkt es richtig gut richtig stimmig gefällt mir sehr sehr gut auch die farbstimmung gefällt mir gut dieses tiefe orange oder ja tiefe gelb hätte ich auch genauso und edit noch gemacht einfach um zu zeigen hier wir sind in afrika er hat das ganze nämlich im namibia nationalpark etosha aufgenommen und da gehen wir davon aus dort ist es sehr warm und dementsprechend darf dann auch die farbtemperatur so aussehen im zuschnitt ja gehen wir mal in vier mal fünf format rein so könnten wir es auch zuschneiden klar das wäre jetzt das instagram format so sehe das dann aus oder kannst die giraffe auch ein bisschen mehr an positionieren dann verlierst du aber auch schon mehr vom bild sind für die die frage was du zeigen möchtest so beziehungsweise du kannst aber auch hergehen und sagen ich mache das ganze hochformatig und nimmst die grafe voll in die mitte ja auch das kannst du tun also da geht es eher darum was möchtest du mit dem bild zeigen was möchtest du aussagen und muss ich dann dementsprechend entscheiden sonst in den einstellungen hätte ich glaube ich auch all das genauso gelassen wir gehen mal noch aufs nächste bild was er mit der mavic 2 pro aufgenommen hat und zwar war das hier am leuchtturm von lin des ness genau also vermute ja das wird irgendwas nordisches sein norwegen schweden genau und was mir gleich auffällt ist er hat den moment perfekt abgepasst wo die sonne beim leuchtturm war so dass du das gefühl hast oder den eindruck hast die sonne geht hinter dem leuchtturm direkt quasi unter und erleuchteten strahlt quasi ein bisschen raus finde ich schon ziemlich geil das ist echt ein tolles bild da kannst du wirklich stolz drauf sein was mir noch gleich auffällt ist auch der himmel also die farben sind schon echt knallig gut so eine stimmung im himmel zu haben dann musst du auch echt glück haben oder einfach oft genug da sein denn das muss mit einem stimmen mit der sonne mit den wolken und da muss schon einiges passen finde ich sehr sehr gut in der bearbeitung würde ich glaube ich im zuschnitt ein bisschen experimentieren das einzige problem was du hast du hast sehr schnell die felsen im vordergrund massiv wenn du jetzt im zuschnitt nicht aufpasst das heißt querformatisch kann es passieren wenn du das obere dritte noch ein bisschen eingrenzt dass du dann zu viel von den felsen hast wie du hier jetzt siehst ja kannst aber auch hergehen sagen ich mache das hochformatisch eben das mit so rein nimmt die gebäude mit rein ja das ein bisschen so zu und dann hast du den leuchtturm in der mitte und die gebäude neben dran genauso gut könntest du die gebäude auch weg stempeln und weg machen und dann so das bild einstellen dass der leuchtturm vielleicht etwas mehr am rand ist und so ausschaut aber auch hier hast du wieder das problem ja die aufteilung ist gut weil der horizont sich noch ein bisschen abgrenzt im oberen bereich im oberen drittel aber das zwei drittel fast zwei drittel felsen und das musst du dann wollen ja also deshalb hätte ich glaube ich auch genauso erstmal zugeschnitten um möglichst viel ausbild zu bekommen vielen dank felix für deine bilder wir gehen mal weiter zu maximilian botch er hat mir zwei bilder geschickt und zwar einmal vom wald hier aufgenommen mit der sony a7 r mark 3 setze das ganze mal zurück weil ich habe es ein bisschen vor editiert und dann noch ein foto von der golden gate bridge aufgenommen mit der canon 200d die 200d hatte ich hier schon mal im review wenn ich das interessiert klick einfach mal auf mein video das foto im wald hier wird es mit dem zuschnitt glaube ich genauso machen also sprich links den baum lassen der am vordergrund ist wenn du jetzt in dieses instagram format reingehst kannst du dir noch ein bisschen zuschneiden aber ich würde auch dafür sorgen dass du noch unten das gebüsch ein bisschen sie ist dass du auch noch ein bisschen so einen leichten vordergrund hast und du kannst hergehen und sagen ich mache jetzt etwas mehr mit den tiefen und zwar ziehe ich die ein bisschen hoch um den baum noch besser erkennen zu können das ist wieder die frage des persönlichen geschmacks oder der persönlichen präferenz möchte ich das weil das sieht auch sehr schnell künstlich nach so einem hdr aus und ja also so dann das hätte ich glaube ich auch nicht gemacht als hätte es glaube ich eher so gelassen dass ein bisschen mehr kontrast drin ist finde ich sehr sehr toll vor allen dingen das orange von der sonne finde ich sehr schön wir gehen wir noch rüber zum bild von der golden gate bridge hier auch wieder das thema er hat mir auch geschrieben er wird es heute nicht mal so fotografieren er hätte jetzt den baum der am vordergrund sehr dominant ist nicht mehr so reingenommen max genau das wäre mein tipp gewesen genau das hätte ich dann auch nicht gemacht beim nächsten mal einfach ein paar meter weiter vorlaufen und dann nur die golden gate bridge fotografieren darauf achten dass du einen guten vordergrund hast das heißt vielleicht lange belichten dass das wasser von dieser mehr passage etwas glatter ist nicht ganz unruhig aussieht oder im vordergrund ein paar blumen suchen oder eine person hinstellen dann passt es perfekt aber so mit dem himmel sieht es auch schon echt gut aus muss ich sagen also der lila ton der sieht echt geil aus ja ich glaube ich hätte es erst einmal genauso aufgenommen um zumindest den moment zu haben mit der brücke und ja mit dem baum darüber lässt sich streiten das ist wieder die frage was du fotografieren und was du aussagen möchtest im zuschnitt können wir noch kurz reingehen aber da wird es schwierig weil du möchtest die brücke zeigen und wenn du jetzt mit einem 4x5 format zu schnell ist für instagram geeignet dann hast du das problem dass der sehr schnell vom bild fehlt also sehr viel vom bild fehlt und du dann natürlich nicht mehr so richtig weißt wie schiebe ich jetzt zurecht dass du erkennst es soll die brücke noch mit darstellen im zweifel wird es dann glaube ich eher breit lassen und mir auch ausdrucken das muss ja nicht immer zu instagram hochgeladen werden wir kommen zum nächsten bild und zwar von gordon fritter er hat mir ein foto geschickt für alle smartphone vertreterinnen stellvertretend er hat das foto mit dem smartphone gemacht und fragte mich darf ich das auch dir zuschicken und ich meinte klar schick mir das mit rüber und was mir gleich auffällt wenn ich das foto ein bisschen zuschneide dann habe ich trotzdem noch eine recht hohe auflösung ich zeige euch das mal ich schneide das mal ein bisschen zu und trotzdem passt das noch und da sind wir an dem punkt dass die smartphones ja so gut sind inzwischen dass du ohne problem auch mal ein bild ein bisschen vergrößern kannst und es trotzdem noch für den druck ausreicht was mir sehr gut gefällt hier ist dass er auch im vordergrund bedacht hat die reihe der bänke der park bänke mit aufzunehmen so hast du im vordergrund nicht nur die wiese sondern hast auch gleich etwas was quasi dazugehört im sinne von ich kann mich hier hinsetzen und kann den sonnenuntergang anschauen und auch sehr schön der himmel ist mit drin dass den baum hier oben mit drin das ganze ein bisschen noch umrahmt und jetzt kannst du natürlich hergehen und sagen ich mache das ein bisschen wärmer im farbton kühler wird es nicht machen ich würde schon eher wärmer machen und dann liegt es wieder an der persönlichen meinung möchte es ein bisschen mehr aufhellen oder bisschen dunkler noch machen ein bisschen dramatischer da lässt sich ja dann trotz der handy fotografie inzwischen sehr viel machen vielen dank gordon für dein bild ich gehe mal weiter zu albi albi hat mir auch zwei bilder geschickt und zwar einmal ich suche das mal aus einmal dieses hier aufgenommen mit einem 28 mm blende 11 bei 1 13 verschlusszeit und dieses hier aufgenommen mit dem 18 mm blende 25 1 50 ich gehe mal zurück zu dem 28 mm bild da würde ich habe ein bisschen vor editiert genau da würde ich vielleicht darauf achten die tiefen ein bisschen weiter runter zu nehmen denn ich zeige es dir Achtung hier unten raus raus ist dann schon deutlich und das würde ich einfach ein bisschen heraus arbeiten mit mit lightroom zum beispiel mit der rauschreduzierung und mit der rauschreduzierung auch in der farbe das hätte ich mir ein bisschen herausgearbeitet musste aber auch nicht weil das problem ist du greifst immer tiefer ins bild ein deshalb ist es wirklich eine frage der persönlichen präferenz du kannst auch das ganze so zuschneiden dass der wald einfach nicht mehr im bild so dominant ist jetzt wird mein rechner etwas lauter so und dann hast du immer noch den himmel drin denn du willst einem den himmel zeigen wie toll der sonnenuntergang aussieht und nicht unbedingt wie der wald im vordergrund ausschaut also so kannst du es auch machen und dementsprechend einfach im edit darauf achten dass du vielleicht ein bisschen die tiefen runter nimmst und beim nächsten mal fotografieren Achtung ich würde die blende weiter aufmachen ich glaube bei 28 mm wäre auch blende 5,6 gut und ausreichend gewesen denn du musst dir vorstellen 28 mm ist jetzt nicht mehr so telelastig also du hast dann schon eher ein weitwinkel wo du bei blende 4 blende 5,6 eigentlich die welt scharf hast und da kannst du im zweifel ein bisschen länger ein bisschen kürzer belichten sorry und wenn du das ganze vom stativ ausmachst musst du dann auch keine großen rauschprobleme in kauf nehmen was den wald angeht also einfach im zweifel beim nächsten mal die blende ein bisschen weiter aufmachen ja und das zweite bild von ihm auch sehr geil der alleinstehende baum hier hier ist es gut die blende zuzumachen blende 25 in dem fall um einen sonnenstern zu kreieren finde ich sehr sehr gut ist ja auch gut gelungen ich habe das auch schon mal vor zugeschnitten wie du siehst gerade eben selbst mal zurück so hat er mir das zugeschickt und hier würde ich vielleicht den baum Achtung bisschen mehr in die mitte setzen und dann und dann kommt es halt echt auf die eigene meinung an möchte ich den hintergrund also die wie sie hier in dem fall so schräg so schief lassen damit der baum gerade ist dann das ist ich vermute das ist auch korrekt austariert mit der wasserwaage von der kamera das wird gerade sein und dann gibt es wieder die ein oder andere nicht sagen ja aber der hintergrund ist schief und da musste gerade sein ja wenn der baum dann schief ist sieht auch schnell komisch aus ich mache das mal so ist der baum noch relativ in der mitte so hintergrund einigermaßen gerade so aber schau dir das mal an also ja käme dann schon besser was den hintergrund angeht ein bisschen schief so genau so aber der baum wirkt dann halt schon nicht mehr so gerade und das ist die frage was du möchtest im zweifel entscheide dich für deine intuition und macht das was du möchtest und nicht was andere sagen ja sonst an sich würde ich vielleicht im foto hier hier oben war noch ein sensorfleck ja den würde ich weg machen so weggestempelt 12 fertig voila fertig ist das foto sehr sehr schön vielen dank albi für deine fotos wir gehen weiter zu jonas jonas leithunter bei instagram er hat mir ein tolles foto geschickt und zwar ein foto aus den ich vermute aus den allgäu alpen aus dem tirol irgendwo der bergbereich auf jeden fall wird das sein ob das deutschsprachiger raum ist weiß ich nicht auf jeden fall sieht sehr sehr schön aus und was mir gleich auffällt er hat das foto so aufgeteilt dass sie sich in der mitte teilt so dass die spiegelung perfekt auf alle beiden seiten der bildaufteilung passt ja auch sehr schön finde ich hier oben die sonne die reinkommt die spiegel sich im wasser wieder und sie küsst noch ein bisschen so die bäume hier oben dran finde ich sehr nett finde ich wirklich sehr sehr cool weil das hebt einfach diese silhouette und diese spiegelung im vordergrund so schön ab ja du siehst es sind berge und dramatische wolken drüber aber die bäume im vordergrund sehen echt so gut aus also gefällt mir sehr sehr gut jonas tolle arbeit gefällt mir gut hier kannst du wieder spielen und sagen ich möchte ein bisschen wärme haben mit meis abgleich oder kühler das ist die frage der persönlichen präferenz im zuschnitt würde ich genauso lassen ich würde es nicht querformat machen kommen wir zum nächsten foto elias kauerhof er hat mir zwei bilder geschickt und zwar einmal ein foto mit den windrädern hier im sonnenuntergang und ein foto hier vorne ist es genau von der talsparapö da war es jetzt ist ja auch gemeinsam mit eric nico anska und leer und die stelle kenne ich sehr gut da habe ich letztes jahr auch schon fotos gemacht und hier kenne ich das problem diese insel bewegt sich wenn das wasser unruhig ist da musste sich dann schnell entscheiden also eine langzeit belichtung ist dann nicht möglich am wasser wenn das ganze sehr ruhig ist gerade am morgen dann geht es vielleicht schon wenn du eine person hinstellst geht es dann auch nicht mehr so einfach weil das ganze bewegt sich auf dem wasser aber ja hier auch wieder die frage möchte ich den himmel zeigen möchte ich das wasser mehr zeigen und ich hatte glaube ich auch eine gute zwischenlösung gefunden indem er sagt schaut euch das tolle wasser an im vogtland und schaut euch auch den tollen himmel an mir gefällt er edit sehr gut weil die farben echt schön pastelltöne sind und die sonne auch nicht so krass ausgebrannt ist du kannst zwar die lichter ein bisschen weiter runter nehmen ja aber das musst du nicht weil ich meine die sonne ist hell und das darf auch so aussehen im zuschnitt schauen wir das auch gleich mal an 4x5 instagram format gehen wir voll rein so ich würde es vielleicht so ungefähr machen bisschen mehr gerade voila der himmel ist noch drin die pö ist zu sehen die plattform mit dem steg ist zu sehen perfekt hier kannst du noch aus auswählen ob du es ein bisschen knackiger machen möchtest noch gesättigter das musst du nicht ja weil das problem ist irgendwann seufst du das mal hier vorne dann ab dann wird es zu schwarz das willst du dann im zweifel auch nicht aber ein sehr sehr schönes bild jonas ich zeige mal vorher nachher nimmt sich nicht viel deshalb echt ein tolles bild dankeschön und das zweite bild von ihm hat er aufgenommen mit 800 mm blende 57 also das sind einstellungswerte habe ich selbst noch nicht benutzt vor allem 800 mm das ist halt echt schon ein ordentliches Rohr was du da benutzt hast also echt echt cool das musst du erstmal gerade halten und so scharf ablichten weil 800 mm musst du dir vorstellen da musst du dermaßen kurz belichten oder einfach so safe sein was deine benutzung des equipments angeht angeht damit du noch ein scharfes bild bekommst und das ist echt nicht mehr einfach da brauchst du wirklich ruhige hände und ich denke er wird das vom stativ aus gemacht haben sonst wird es glaube ich einfach nicht möglich sein das ganze scharf abzubilden sehr sehr cool er hat die sonne noch erwischt wie sie am untergehen war ich glaube ich habe das Foto auch bei instagram gesehen bei dir da war das eine post erst vor kurzem drin sehr sehr schön gelungen und die Töne gefallen natürlich auch echt gut du hast hier eine wunderschöne stimmung im sonnenuntergang es ist wunderschön gesättigt auch die farben wunderschön orange am rand sogar leicht rot also richtig richtig toll finde ich super im zuschnitt was kannst du noch machen geh mal rein in den zuschnitt vier mal fünf da könntest du das ganze jetzt drastisch kleiner zuschneiden wir reden dann wieder vom auflösungsthema wenn das jetzt ein problem wäre in dem fall glaube ich ist es eher nicht das problem du könntest es so zuschneiden dann hast du aber das problem dass du keine weiteren windräder mit drin hast genau also du kannst das zuschneiden du kannst aber auch hergehen und sagen ich was querformat und nehme vielleicht nur ein windrad mit rein das kannst du auch tun so ungefähr aber ja es ist völlig in ordnung das ganze großzügig zuzuschneiden weil bei 800 mm hast du schon eine echt krasse komprimierung im bild und darfst nicht vergessen du hast das problem der luftunruhe du hast wenn du pech hast ein bisschen flimmend im bild also in der atmosphäre gerade im sommer wenn es wärmer ist und das ist immer ein thema das ist recht schwierig aber bei ihm hat es wunderbar geklappt also vielen vielen dank für deine beiden fotos elias wir kommen zum nächsten max wittschel max hat mir auch ein sehr kreatives bild geschickt und zwar hier hat er sein smartphone mit eingesetzt das finde ich echt cool weil er hat sich gedanken gemacht was er dann noch machen kann aus seiner normalen fotografie im sinne von kamera und motiv er hat noch sein smartphone mit eingesetzt finde ich wirklich gelungen und auch sehr geil finde ich hier oben die farben im himmel also die sehen echt gut aus die wolken ach das ist echt toll also es gefällt mir die die rote farbe hier oben in den wolken drin sehr sehr cool du kannst natürlich auch hergehen und sagen ich möchte die lichter ein bisschen hoch nehmen dass du mehr strahlkraft der sonne hast dass der himmel ein bisschen krasser kommt ich mache das jetzt mal eben so genau so kannst du das tun du kannst hier oben im weißabgleich noch ein bisschen spielen wobei es ist schon sehr gesättigt ich glaube da würde ich jetzt nichts mehr so groß ändern und im zuschnitt wir gehen mal rein er hat glaube ich schon in vier mal fünf zugeschnitten genau auch da finde ich gelungen also fast mittig mittig hier wo die landschaft sicher quasi kreuzt nach von links nach rechts der baum ist in der mitte im mittelpunkt und das telefon und die hand hier unten im unteren drittel sehr sehr gut aufgeteilt das wirklich sehr gut aufgeteilt gefällt mir richtig gut max danke für dein tolles foto und zum schluss kommen wir zu einem foto von jessica jessica hat mir ein foto geschickt das hat sie mit der canon 5d mark 4 aufgenommen exif daten habe ich leider keine aber was mir gleich auffällt sie hat bewusst im vordergrund eine silhouette erzeugt in dem sie den vordergrund unterbelichtet hat damit du den himmel noch besser erkennen kannst damit quasi auch die sonnenstrahlen noch besser erkennbar sind denn jetzt ja du musst bei sowas einfach die blende zu machen die verschlusszeit verkürzen die iso unternehmen damit du wirklich den himmel gut sehen kannst gerade wenn es so hell ist und wenn du deine sonnenstrahlen noch ein bisschen mehr reinnehmen möchtest und was auch durchaus sinn macht ist mit der silhouette du hast nichts mehr was ablenkt im foto also du hast keine grünen rasen im vordergrund du hast keine bäume im vordergrund ein rotes auto oder ein gelbes dach von dem haus du hast nichts mehr was ablenkt es geht nur noch rein darum den himmel zu zeigen und das jessica ist ja sehr gut gelungen gefällt mir gut ich gebe meine zuschnitt 4 x 5 was wir dann noch machen könnten ja du könntest jetzt sagen ich schneide das ganze jetzt so zu aber da hast du schnell das problem dass das foto dann zur hälfte schon schwarz ist und das willst du mit sicherheit nicht du kannst aber auch sagen ich mache es ein bisschen großzügiger auch das kannst du noch tun bzw die sonne dann auch noch so hier unten rechts in die ecke setzen ich mache das mal schnell ziehen wir ein bisschen rüber genau auch das kannst du tun ja im hochformat ist es glaube ich ähnlich schauen wir uns auch noch mal schnell an auch da kannst du die sonne herunternehmen den baum so ein bisschen als begrenzung hier drüben und voila auch da zeigst du mit dem himmel dass den wunderbar abgrenzt von dem was du quasi nicht zeigen möchtest auch ein sehr tolles bild in der farbe würde ich hier vielleicht noch mal da können wir noch kurz reinschauen da kannst du auch noch entscheiden möchte das ganze noch gesättigte also du siehst ich gehe im weißabgleich und deutlich krasser wird das ganze noch mal bzw kannst du der color correction auch noch mal reingehen und hier das ganze noch orange machen wenn du magst mit dem gelbton ein bisschen spielen also da hast du auch noch die vollen möglichkeiten auf seiner seite und im zweifel kannst du natürlich auch im jpeg noch ein bisschen den vordergrund raus beziehungsweise reinnehmen wie du siehst auch da geht noch was aber ja ich mag das bild es zeigt ich glaube auch ein bisschen deine heimat vermute ich weil sowas zeigt oftmals auch dann ja hier wohne ich und das park davor oder so finde ich sehr sehr gut gefällt mir dankeschön jessica für dein tolles foto wenn dir meine art der bildbesprechung gefallen hat dann schreibt mir das gerne unter dieses video lass mir einen daumen hier und abonniere meinen kanal und wenn du das gefühl hast du willst du was hinzufügen im sinne von du hast du eine anmerkung zu diesem oder jenem foto hier aus dem video schreib es gerne unter dieses video in die video beschreibung da würde ich mich sehr freuen jedes kommentar würde ich mir damit aufgreifen und gegen kommentieren bzw auch über instagram müsste mit euch noch besprechen und ja wenn ihr der meinung seid wir sollten sowas öfter machen schreibt mir auch mit ihr in die kommentare dann freue ich mich auf die nächsten videos zum thema foto besprechungen und dann bleibt mir nichts weiter als zu sagen danke fürs zuschauen viel spaß bei deiner fotografie demnächst und bis zum nächsten mal tschüss und bis zum nächsten mal